Wir waren an einem offensiven Achter dran, genauso wie an einem zweiten Torwart und auf der Position des Rechtsverteidigers haben wir aktuell nur einen, da ist klar, dass wir uns umschauen. Das ist es dann aber auch schon und das soweit die Aussagen von Trainer Steffen Baumgart zum Kader des 1. FC Köln zur kommenden Saison. Dementsprechend sind eigentlich drei Profile recht klar benannt, für die man noch Verstärkung sucht und die werde ich jetzt einfach mal durchgehen mit meinen Vorschlägen, wen man auf der jeweiligen Position holen könnte bzw. sollte. Bedarf Nummer 1 besteht ganz klar auf der Torhüterposition, nicht als Nummer 1, denn mit Marvin Schwäbe ist man da für das Niveau von Köln wirklich sehr gut aufgestellt. Der ist die klare Nummer 1, dennoch sollte man da eine Nummer 2 in der Hinterhand haben und gerade wenn man das weitere Torhütergefüge von Köln anschaut, sollte das schon jemand sein, der eine gewisse Erfahrung mitbringt. Und wer einiges davon mitbringt ist Philipp Pentke, zu ihm gibt es auch schon Gerüchte, denn er ist seit Anfang Juli vereinslos, war zuvor bei Hoffenheim noch die Nummer 2, ist generell sehr erfahren, hat schon einige Vereine gehabt. Als Stammspieler oder auch als Nummer 2 und ich denke er wäre da eine solide Lösung, sollte jetzt nicht allzu viele Spiele machen, sofern Schwäbe fit bleibt eigentlich gar keine, aber ist denke ich eine gute Lösung, der auch dem Mannschaftsgefüge definitiv nicht schadet. Und meiner Ansicht nach eine gute und sinnvolle Verstärkung wäre, die man dann einfach in der Hinterhand hätte, falls jetzt mal was mit Schwäbe sein sollte. Spieler Nummer 2 wäre, wie vorhin angekündigt, ein weiterer Achter und bei mir ist der Vorschlag an Noah Masengo. Der 22-jährige Franz Soße ist aktuell vereinslos, hat in seiner Karriere, also er kam aus der Monaco-Jugend, ist dann eben früh für 8 Millionen zu Bristol in die zweite englische Liga gewechselt. Hat da zunächst überzeugt, zum Ende hin nicht mehr wirklich so. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, wieso soll man einen Spieler holen, der in der zweiten englischen Liga nicht komplett überzeugt hat. Er hatte eine Laie in der vergangenen Rückrunde zu Auger in die Liga nach Frankreich, also auch dort in der ersten Liga. Und auch wenn die dann letztendlich knapp abgestiegen sind, so war Masengo wirklich einer der wenigen Gründe, der gegen einen Abstieg gesprochen hätte. Denn seine persönlichen Leistungen waren echt stark, muss man sagen. Und gerade auf der Achter bzw. Sechserrolle bei einer Doppelsex hat er da echt brilliert und ich sehe ihn echt als gute Option an. Er galt lange als Top-Talent, dann so ein bisschen gescheitert. Jetzt hat er gezeigt, dass er es schon noch drauf hat und gerade mit einem Baumgart als Trainer, der ja alles aus seinen Spielern rausholt, denke ich, dass er ihn wirklich gut hinbekommen könnte. Und vor allem spricht natürlich für ihn, dass er ablösefrei zu haben ist. Er ist aktuell vereinslos, dementsprechend müsste man ihm nur das Gehalt zahlen, keine Ablöse an irgendeinen Verein. Und man muss auch sagen, wenn man jetzt mal sein Spielerprofil auf FB Ref anschaut, dann wird er da auch angezeigt als ähnlichster Spielertyp zu Mutusami von Nantes, an dem es ja zu Köln Gerüchte gab, dass man anscheinend an ihm interessiert sei. Aber im Vergleich zu ihm ist er jetzt halt eben ablösefrei zu haben und hat auch noch deutlich mehr Entwicklungspotenzial, da er jünger ist. Die Frisur von beiden ist ähnlich, also da hat man schon so ein bisschen einen auffallenden Spieler auf dem Platz. Aber er ist halt gerade auch gegen den Ball extrem engagiert, vor allem im Nach-Vorne-Verteidigen. Aber auch generell sind seine Zweikampfwerte echt stark und es war ja die Frage nach einem offensiven Achter. Das ist er nur bedingt. Er hat zwar einen guten Expect-Goals-Wert, hat aber leider keine Chance genutzt. Dennoch glaube ich, dass er sich auf jeden Fall angleichen könnte. Und gerade wenn man ihn in so einer vorgezogenen Rolle nutzt, der viele Bälle gewinnen soll, schon recht früh im Pressing, dann denke ich, dass der da auf jeden Fall sich deutlich steigern könnte. Ist auch zusätzlich ein extrem guter Spieler, was Progressive Carries angeht. Also ein Spieler, der den Ball gut nach vorne schleppt, wenn er ihn am Fuß hat. Und ich glaube, gerade dieses progressive Element könnte dem FC auch weiterhelfen. Gerade ablösefrei macht man mit ihm, glaube ich, nicht viel falsch, weil die Fallhöhe auch einfach recht gering ist. Und gerade für das Profil, das man sucht, einen Spieler zu holen, den man zwar einsetzen kann, aber auf den man jetzt nicht unbedingt angewiesen ist, da wäre Masengo meiner Meinung nach eine extrem gute Option. Als nächstes geht es um einen Rechtsverteidiger. Man könnte aber auch nach einem Flügel schauen, denn auf dem Flügel ist es für mich so ein 50-50-Ding, ob man da auch noch Bedarf nach einem Neuzugang hat. Laut Baumgart ja eher nicht, aber ich schlage jetzt einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe mit meinem Rechtsverteidiger-Vorschlag. Denn Schmitz ist da als einzige Variante, die man derzeit hat, ja durchaus defensiv stark und auch erfahren. Daher schlage ich neben ihm eine etwas jüngere Alternative vor, die problemlos sowohl Rechtsverteidiger als auch Flügel spielen kann. Und zwar ist das erneut ein junger Franzose. Diesmal ist er 21 und zwar Brandon Soppy von Atalanta Bergamo. Bei ihm kann ich mir ehrlich gesagt nur eine Laie vorstellen, da er einfach vom Marktwert und vom Preis und so weiter Gehalt alles eigentlich schon dem FC entwachsen ist. Dennoch denke ich, dass er vom Fußballerischen, von der Qualität her eigentlich echt gut passen könnte. Also da wäre er dem FC denke ich noch nicht entwachsen, denn es ist halt eben auch so, dass er bei Atalanta fast keine Rolle spielt. Da ist er oft eben der Flügelverteidiger gewesen, meistens rechts, aber auch links. Ich blende euch hier auch mal seine Heatmap ein und vielleicht auch noch die von Benno Schmitz zum Vergleich. Da sieht man eben Schmitz auch einen Rechtsverteidiger, der eben die Breite halten soll, während der Linksverteidiger bei Köln ja öfters mal auch inverse spielt. Aber Soppy wäre da durchaus für die Variante rechts vorgesehen und halt eben eine deutlich offensivere Variante im Vergleich zu Schmitz. Denn seine Stärken liegen vor allem im Dribbling. Das ist so, was ihn ausmacht. Er ist ein guter Dribbler, hat aber auch ansonsten ein gutes Offensiv-Output. Wenn man jetzt mal schaut, vor allem das Kreativspiel, da kreiert er viele Chancen. Selbst ist er überhaupt nicht torgefährlich so, aber er schlägt viele gute Flanken, spielt aber auch gute raumgewinnende Pässe und ist jetzt gar nicht mal selbst unbedingt der Konterspieler. Aber er ist halt wirklich unter dem Radar ein extrem guter Kreativspieler. Das in seinem Alter, was man jetzt gar nicht mal so unbedingt erwarten würde, wenn man ihn zunächst sieht, wie er so gerne ins Dribbling geht und so weiter. Dennoch denke ich, dass er da dem FC durchaus einen Mehrwert bieten könnte. Vor allem halt eben, wenn er recht offensiv genutzt wird. Wenn man eben mal hinten liegt oder sonst einen offensiven Rechtsverteidiger braucht. Beziehungsweise einfach mal als andere Alternative zu Schmitz. Denn da hatte man ja Kingsley Schindler. Der war auch gelernter Offensivspieler. Baumgart hat es aber geschafft, ihn umzuformieren zu einem defensiveren Spieler. Sopi ist an sich schon Wingback. Also er hat durchaus Defensivfertigkeiten. Die sind aber nicht allzu ausgeprägt. Und das ist auch der Grund, warum Gasperini ihn nicht allzu oft spielen lassen hat bei Bergamo. Und da öfters er die defensivere, beziehungsweise ja die konservativere Variante als Außenverteidiger gewählt hat auf der Schienenposition. Dennoch glaube ich, dass Baumgart ihn hinbekommen könnte. Seine Defensivstatistiken deutlich nach oben pushen könnte. Und dann halt eben sein Offensivoutput nutzen könnte für eine offensive Spielweise mit vielen Toren, die den FC-Fans viel Freude bereiten könnte. Das soweit meine Vorschläge für den 1. FC Köln. Was jetzt noch die verbleibende Transferphase angeht, bevor die neue Saison beginnt. Und ich glaube, wenn man jetzt die Transfers, wie ich sie hier vorgeschlagen habe, tätigt, dann könnte das auf jeden Fall eine echt gute Saison werden. Aber der Kader ist da auch so schon recht gut aufgestellt. Das wären jetzt einfach nochmal ein paar Ergänzungen, die sie nochmal in der Breite vor allem deutlich verbessern würden. Jetzt würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr zu meinen Vorschlägen sagt. Stimmt ihr überein, seht ihr es anders. Lasst mich gerne auch mal andere Vorschläge wissen, was der FC noch machen könnte auf dem Transfermarkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. So.